Digga, was los? Ey, du kennst ja ja Loaded, ne? Ja, natürlich kenn ich ja Loaded. Der hat gerade einen Best-Of-Zone-Super-Mario-3-Dealer-Let's-Play gemacht. Ehrlich? Warte mal. So, da ist das Video. Ich habe richtig Bock. Ich habe ohne Scheiß jetzt gerade erst mal 50 Minuten warten müssen, weil meine Mutter erst mal hier unten Wäsche gemacht hat. Aber hey, es wird endlich Zeit für Uwe mehr zerstört seine Züche in Super Mario 3D-Land. Let's so fucking go. 2011. Was ist denn los mit dir? Super Mario 3D-Land. Ja, Loaded hat sogar schon angefangen, du spielst mit's Play. Ja, Freude. Also, ja, das wird auch wieder eine Sache sein im kompletten Video über. Aber ich habe super oft erwähnt, dass der liebe Jan Loaded doch ein Let's Play darüber gemacht hat. Mal gucken, ob das hier noch irgendwie angezeigt wird. Oh nein, Mario. Mario hat Bowser entführt. Ja, true. Das ist ultra hart. Bro, Toadie, bist du dämlich zum Springen oder was, Alter? Das waren die Spielrinnen. Ja. Das werden auch die Spielrinnen bleiben, meine Freunde. Mhm. Ach, bis jetzt ist gut. Nur Eich-Ohe. Wie viele hast du getrunken? Einiges. Aua. Dann sei der erste Richter. Uwomehl 84. Experte, beleidigt nicht mal richtig. Das war die Spur, meine Freunde. Ich werde dich und deine Familie gehören und du möbeln. Das ist ein dummer Arschmacher, okay? Yeah, meine Community ist das zu schütteln. Nein! Nein, nicht das Video, Digger. Wir reden nicht darüber. Das war die unrealistische Animation, die ich je gesehen habe. Was sieht denn da mein ungeschultes Auge? Eine schlechte Animation? Ähm, finde ich witzig. Ich kenne kaum Leute, die dieses Spiels nicht played haben. Ich kenne... Hübel? Nintendo, aber mehr Leute kenne ich wirklich nicht. Mehr Leute haben das, glaube ich, auch gar nicht played. Ja, mehr Leute haben das. Als ob. Junge, ich bin auch so smart, ne? Es tut mir leid, Jan-Loadet. Eigentlich ist mir das komplett egal. Achso. Nein, du bist so ein Huresohn. Junge, nicht like Ice in the Sunshine. Boah, Bruder, wir haben es, Alter. Tschüss, Geist. Oh Gott, nicht die Schildkröte, Digger. Nicht die Schildkröte. Ich habe gerade auch volle Pulli, ähm, hier. Helligkeit hatte ich. Volle Pulli. Ich muss brechen, ah, okay. Ich springe, wenn ich das springe, dann ist... Ich schätze, Jan, ich schätze. Das mache, dann macht er das. Oh, Herr. Day 2. Ein Augenschmatz. Oh, Bro, Bro. Hm, das ist ziemlich so süß. Redsass, am I right? Oh! Redsass! Okay. Tja, der Teil kann nicht abgespielt werden, weil bei dem dummer Ruhensund ist. Als ob, so, genau so. Das ist einfach Top 10 Real Life Moments. Ja, derzeit kann ich abgespielen, wenn... Weil du ein HS bist. Ah, jetzt kann ich warten. Brrrr. Brrrr. Das ist einfach hässlich, okay? Oh, nein, das habe ich nicht zu Jan Laudet gesagt. Das hat Jan Laudet selbst gemacht. Das war ich nicht. Äh, Checkpoint. Hä? 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 Äh, ach so. Ich dachte, die fliegen wieder zurück. Darf ich halt wirklich. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch ein Playthrough machen würde, würde ich auch denken. Oh, was denn die letzte Star-Coy, ich verstehe das nicht. Das ist so random, Alter. Könnt ihr gerne abchaken? Der Kanal ist richtig gut. Daher habe ich auch die Idee mit diesem, äh, hier... Let's Play. Okay, genau. Dann willst du mich trotzdem nicht verlotten, die es als Playt haben. Es war auch sehr hart, muss ich sagen. Haha, true. Ja. Das ist so random, Alter. Anschein. I'm melting no way. Sorry. Nein, überhaupt nichts. Ähm, hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich mal wieder von mir. Ja, ich meine, lange kann ich wieder von mir. Witzig. Ähm, ja. Junge, die Rettung... Ja, Leute, YouTube-Deutschland hat schon öfter mal die Rettung von mir gehabt. Ähm, ja. Denn... Ich habe sowas schon öfter gesagt. Gehackt. Ja, gimme. Ja, gimme. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Oh mein Gott, ein 3D-Level. Nee. 3D-Level in 3D. In 3D. Loser. Ich gehackt. Okay, das ist Starquen 2. Ach, witzig. Das kann nicht wahr sein. Ich spiele Mario, ja. Da ist nichts Sexuelles... Alles dabei. So, außer Rosalina. Jetzt habe ich Angst. Perfekt. Zack, 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 zack. Jorisse, was geht ab? Ich bin Marvin. Ich bin's Kevin. Und? Oh dear. Ich kann mich verarschen nicht so. Der stuckt jetzt da einfach. Nein, das ist eine Bowlingkugel, das ist eine süße kleine Bowlingkugel, die kann nicht stuck sein. Finde ich schade, ob nicht blöd oder so. Bin ich würzig. Es bleibt also würzig. Weil es weiß. Das ergibt keinen Sinn. Ja, was machst du? Ist echt nachher gekommen? Keine Ahnung. Ganz frisch. Nein! Wow! Ich denke gerade keine bessere Lösung ein. Ganz frisch nach 10. War es nicht eine schöne Musik? Ja, ich weiß. Ich auch. Hä? Was war ich denn? War es eine schöne Musik? Ja, ich weiß. Ich auch. Auch gut. New Bugatti. Da bin ne New Bugatti. Wait, what? Was? Junge, what the fuck? Acting, meine Freunde. Acting! Wow! Nein! Ich bin noch etwas leicht angefeucht... äh angefeucht... Ich hab geschwitzt! Ich hab geschwitzt! Leute! Jetzt kommt wieder Acting oder wie? Drill? Okay. Insgesamt kann man zum Kriegs acht Sekunden machen. Also wenn ich jetzt zählen würde... Eins, zwei, drei, drei, drei... 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 Sieben... Zwei... Uh! Was ist denn das hier? Warum? Digga! Warum? Bin ich sehr interessiert. Das ist schlecht! Das ist ziemlich... Oh nein! Mein letztes Video! Oh nein! Ich wollte doch immer noch Z-Max schauen! Schlecht! Wir haben Leute befreit! Du machst es fast so wild... ...aber... ...instatt Wasserladung! Wait, what? Oh nein! Ich komm nicht wieder zurück! Ihr könnt mir doch nicht erzählen, das ist ne... ...unsichtbare... ...äh... ...unbesichtbare Pinie! Z-Z-Z-Z-Z-Z! Z-Z-Z-Z-Z-Z! Z-Z-Z-Z-Z! Z-Z-Z-Z-Z! Z-Z-Z-Z! Ähm! Die fehlenden Star-Coins... ...die werden wir mit Luigi dann holen, später! Ja, hat er gar nicht gemacht! Ach komm! Was ist das hier eigentlich? Zack! Zack! Es geht weiter! Zack! 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 Das wurde auch damals auf Zendogeist gepostet, als der Part rauskam! Das war schon auch eine Ewigkeit! Zack! 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 3-7, ne... Drei sieben! Natürlich, Digga! Ich glaube, hier war das so, dass... Dort Dings... Dort Jan-Loadle ganz viele Probleme hatte. Schauen wir doch mal. Wann geht's ins vornetzte Level? Als ob. Ich dachte wirklich, der hättest es mal gemacht, weil ich hatte irgendwo mal gesehen. Ich weiß nicht mehr ganz. Aber damals Jan-Loadles Stimme war auch noch irgendwie süß. Ich darf das sagen, weil ich sein Bruder bin. Auch gut. Nein! Nein! Also, ich finde Menschen, die auf Kampf ihre Stimme hochstellen, so cringe. What the... Das habe ich nicht gemacht, oder? Oh, nee. Oh, nee. Das habe ich doch nicht gemacht, oder? Oh, nee. Oh, Gott. Bitte sag, du hast es einfach nur aus dem Kontext gerissen, oder? Aber bitte nicht einfach so, Digga. Ich war so cringe. Ich bin der Toadie. Der echte Toadie. Der echte Toadie. Der echte Toadie. Mit meinem Brot. Ja. Danke, 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 danke. Danke. Die original die origin von diesem tod mit brot meme keiner kennt das keiner kennt das Das ist einfach nur heilige ängste Wir müssen die menschen durch den dinscher bringen in dem wir jetzt die graspreise decken Ja Wie ist es nochmal dieser eine speedrun trick aus super mario 64 Reverse jump roll Reverse jump roll habe ich nicht gesagt Reverse jump roll Auch gut Hi Leute ich habe meine Aufnahmen gelöscht Ah 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 Ich passe dieses level immer noch Digga ich hab da so überge- so overacted alter ne das war so schlimm Ja da so überacted ne Das war übrigens kein echtes Wein glaubt also glaubt mir das war kein echtes Wein Aber ich hab ich war halt einfach nur depressiv also nicht es war kein echtes Wein ich war aber trotzdem einfach nur abgefuckt Ich sitze da gerade die ganze Zeit ganz ehrlich Was ist das denn so? Wieso? Warum? Ich hab die Nerven nicht mehr Ich weiß an alle Leute falls überhaupt jemand hier Digga so richtig sad einfach Es tut mir wirklich leid dass ich das ganze ähm so verplanen mache Also Ich weiß nicht mehr weiter Digga erstmal richtig Ich hab so übertrieben alter Und schon wieder dachte ihr ihr bleibt nicht los aber nein herzlich willkommen Es ist so random ne Dieses Ein paar einfach die ganze Zeit so richtig depressiv und am nächsten Tag so direkt wieder Und schon wieder lasst ihr ihr mit mich los Herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D Land Mario 3D Land Mario 3D Land 1,9 Part Hallo Soll ich auch was zu sagen? Das ist jetzt schon noch gut oder was, Junge? Na, du willst mir das erklären, hm? Aua. Aua. Das kann... doch nicht euer Ernst sein. Doch. Ich darf jetzt nicht ausrasten. Ja, ich darf jetzt nicht ausrasten und dann blendet es einfach jemand, der ausrastet, ja. Das bin ich gerade. Ich weiß nicht, was ich da sagen sollte. You can't have to tell me. Du kannst nicht zu... sagen. Kannst nicht zu mir... Nee. You can't have to tell me. You can't have to... Junge, jetzt versuche ich gerade eine deutsche Übersetzung von meinen schlechten Englisch zu machen. You can't have to tell me. Du kannst mir nicht haben. Ach, scheiß drauf, Digga. Ja, ich bin der Uwumi. Okay, sorry. Immer wieder. Immer wieder. Und dann 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 wieder. Ich habe das komplette Spiel schon gesehen so verstehst Das war ein geiles best of schaue ich mir auf jeden fall heute abend noch mal an weil ich kann es auf jeden fall keep up the good work ich hoffe euch hat dieses video gefallen abonniert den lieben jan loaded auch unten in der video beschreibung verlinkt abonniert mich weil hallo mein kanal gibt dem video ein like schreibt einen netten kommentar und dann sehen wir uns bald wieder bye 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 bye